Graves, Darius, Tründer, mir habe ich es gerade schon gesehen. Da kriegst du einen der Aids. Du hast Fever of Battle, Junge. Und der Swain hat auch Fever of Battle. Bustet. Schön, dass der Name von Rammus auch in die Box passt. Der Graves, der ist von Base gegangen. Komm, man spielt gerade toll jetzt die ganze Zeit alleine, hilft. Ah ja, du wolltest ja Hilfe haben. Ja. Töte es. Easy. Du bist noch gestorben wie ein Lappen. Bist du nicht jetzt scheiße, um ehrlich zu sein? Als ob der noch lebt. Alter, der Kopf mal soll doch aufkommen. Junge, Ulti, den endlich Flash Ulti, du Spaß. Leute, scheiß Ludens schon wieder. Der hat heute... Vorhin hat er mit TF Ludens Double Kill gemacht, ne? Und jetzt ist dein... dein Ludens. Dein Ludens hat mir gefehlt. 100% hat der Ulti. Ah, jetzt hat mein Ulti da nie gefeuert. Holy shit. Der hat 56 Fahrminute 8, so viel habe ich noch nicht mal in Ranked Games. Holy shit. Ich ziehe aber da, wie du weißt du nicht. Du hast 10 Fahrminute 8. Jetzt wird er da rausgefickt. Mann. Warte mal, der David, würde er nicht diven? Ich habe immer noch 100 AP. Ich habe 400... Hä? AP drinnen wir, er ist übel OP. Digga, ist der R maneira besprez. Der ist richtig, was ist das denn jetzt so ne Scheiße? das ist guck mal gerade hier ist das auch Junge oh shit das wird nur eine Texte wir guck mal einfach er drückt und Pentacles macht nein 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 aufhalten 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 hallo jetzt wird gerett ey der Tower lebt noch ey ZZ holt den ZZ holt nein der Ramos der Ramos ist geil ja cool wenn es so die Städte ich guck nicht so gut also ich hätte am liebsten abgemacht wir haben das Game geworden ich bin da die Städte wie ist es das ist die Städte die Städte die Städte Untertitelung des ZDF, 2020